Hey, am 13. September ist es eigentlich soweit. In Hamburg findet das erste unkommerzielle vegane Straßenfest statt und zwar in der langen Reihe in Hamburg. Es wird Infostände zu verschiedenen Tierrechtsszenen und Projekten geben und Lebenshöfen und Gastronomiestände und ein vielfältiges Programm im Infozelt. Dazu gibt es natürlich ein leckeres veganes Essen verschiedener Art, ein kreatives Kinderprogramm und ein anwachsenreiches Musikprogramm. Die Erlöse des Straßenfestes gehen an den Verein Free Animal e.V. Der hilft, die wirtschaftliche Existenz von Lebenshöfen zu sichern, auf denen Tiere ihr Leben bis an ihr natürliches Ende frei von Nutzung aus Köln verbringen können. Morgen lass ich mir Flügel wachsen, flieg über meinen Horizonten. Nicht nur Erbeutel können Wolkenkratz, samm auch Menschen gekonnt. Nicht nur Erbeutel können Wolkenkratz, samm auch Menschen gekonnt. Damit das unkommerzielle Straßenfest realisiert werden kann, sind wir auf Spenden angewiesen. Und wir haben auch schon gespendet. Tschüss! Musik